Alle zehn Jahre wird die Ausgangslage für die Kongresswahlen ordentlich durchgeschüttelt. Anhand der Daten einer Volkszählung werden die Wahlkreise für das Repräsentantenhaus neu auf die Bundesstaaten verteilt. Anders als der Deutsche Bundestag hat das Repräsentantenhaus nämlich immer die gleiche Zahl stimmberechtigter Mitglieder. Es sind genau 435. Für diese Midterms bedeutet das, vor allem Bundesstaaten im Nordosten haben Wahlbezirke und damit Sitze verloren. New York, Michigan oder Pennsylvania zum Beispiel. Zusätzliche Sitze gibt es besonders für den Süden, Texas zum Beispiel oder Florida. Die Wahlbezirke in den einzelnen Bundesstaaten mussten deshalb neu zugeschnitten werden. Beide Parteien versuchen das in ihrem Sinne zu beeinflussen. Bei dieser Wahl profitieren besonders die Republikaner davon. Das Magazin Politico hat die neuen Wahlbezirke mit Ergebnissen der letzten Präsidentschaftswahl verglichen. Die Republikaner haben es geschafft, 168 Wahlbezirke zu kreieren, die sie dort nach dem jetzigen Zuschnitt vor zwei Jahren gewonnen hätten. Zehn mehr als bei der letzten Wahl. Die Demokraten können jetzt einigermaßen sicher auf 188 Wahlbezirke hoffen, einen mehr. Die Zahl der umkämpften Wahlbezirke ist um elf gesunken. Das sieht nach einem Vorsprung für die Demokraten aus, aber Wahlforscher gehen davon aus, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus die Nase vorn haben könnten und zählen dafür eine ganze Reihe an Argumenten auf. Die Republikaner müssen nur wenige Sitze dazu gewinnen, um eine Mehrheit zu bekommen. Die Demokraten müssen sich auf Verluste einstellen, schon allein, weil traditionell die Partei des Präsidenten bei den ersten Zwischenwahlen Sitze verliert. Außerdem treten über 30 demokratische Abgeordnete nicht wieder an. In diesen Bezirken fehlt der Partei deshalb der Amtsinhaberbonus. Rund ein Dutzend Demokraten müssen in Wahlbezirken einen Sitz verteidigen, die vor zwei Jahren an Donald Trump gingen. Auch wenn die Parteien versuchen, Wahlbezirke nach dem erwarteten Wählerverhalten zuzuschneiden, dürfen sie sich bestimmten Wählergruppen, nicht zu sicher sein. Das zeigt sich zum Beispiel bei Wählern lateinamerikanischer Abstammung. Traditionell stimmte eine große Mehrheit von ihnen für die Demokraten. Die Partei setzte darauf, dass die steigende Zahl an Latinos in den USA ihr helfen wird. Die vergangenen Wahlen zeigen aber, dass immer mehr Latinos auch die Republikaner wählen, wegen Themen wie Wirtschaft und innerer Sicherheit. Das zeigt sich, dass sie dazu die schnellen Vorbildungen an die